hallo alle bitte dann da und herzlich willkommen hier zu einem neuen video ich bin's euer Kornel und ich reagiere heute mal wieder auf kommentare man sieht hier noch da ist mein letztes reagiere auf kommentare video also vier videos kamen seit letzter woche eigentlich ganz cool eigentlich ganz gut gefällt mir ja waren ganz gute videos eigentlich bin geld geil thema ernährung das interview kam sehr gut an und dann kommt hier natürlich die kontroverse das kontroverse thema auf das wir eingehen werden ich gehe mal ganz kurz hier auf dass ich bin geld geil video und gucke mal bis zurzeit mein lieblings youtuber danke für sowas musst du dich nicht rechtfertigen darauf werden wir später noch zu sprechen kommen ich liebe deine begrüßung lara maus grüße gehen raus man merkte wirklich an wie wichtig ist die es ist ich habe oft den eindruck dass du dir einige kritikungen zu herzen nimmst ja man kann es niemals ein recht machen ja und sollte es auch nicht fokussiere ich einfach weiter und weiter der leidenschaft bei in dem du dein ziel erreichst genau ja und dann generell hatten hier man hier viele viele positive kommentare vielen vielen lieben dank dafür über 400 daumen hoch thema dieses videos ich bin geld geil ich will hier mit geld verdienen leute ja neben dem dass ich hier mit spaß habe ja ich weiß in vielen köpfen funktioniert das nicht dass man mit etwas womit man spaß und geld verdienen darf oder kann oder das dann auch ja keine ahnung nur weil man das halt macht ist es ein langes thema ich habe darüber geredet könnt ihr euch gerne angucken ich bin geld geil an alle anderen übrigens die auf gaming stehen ich werde bald einen neuen kanal eröffnen wo ich wieder gaming mache warum neuer kanal und so werde ich alles noch in zukunft erklären ja so genau dann hier die ernährung tipps mit daniel ich hoffe ihr habt beim daniel mal vorbeigeguckt der daniel hat auch richtig richtig viele gute videos alle sehr gut argumentiert mit quellen analyse etc pp also auf jeden fall mal gucken ja der daniel war auch mal bei galileo das ist richtig aber der beitrag ist richtig scheiße ich habe lustigerweise ich habe den galileo beitrag gesehen und danach hat er mir einen kommentar geschrieben ich glaube es war sogar am gleichen tag und ich dachte mir so wort daniel pucke habe ich den woher kenne ich den ja das war ganz lustig dann hat mir echt mega viel ahnung und der hat auf jeden fall ahnung wovon er redet guckt mal vorbei ähm cool dass du professionelle hilfe geholt hast ja professionelle hilfe ist immer so eine sache super sache ein fitter typ als berater ist doch auch schön ja auf jeden fall ähm das ist auf jeden fall ziemlich gut vielleicht machen daniel und ich in zukunft auch noch mal was das video hat relativ schlecht gestartet ist dann aber trotzdem über die 4000 aufrufe gegangen hat eine gute bewertung also vielen lieben dank dafür ich dachte erst das wird irgendwie ein flop oder so aber ihr habt es euch gegönnt und das freut mich ja das freut mich ähm so genau ähm ja aber hier gibt es ja nicht viel zu sagen weil ähm ich finde schön zu sehen dass du richtig motiviert bist abzunehmen ja darauf kommen wir noch blablabla alles super 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 auch wenig bis gar keine negativen kommentare oder so ähm es gab ein paar kommentare wo der daniel dann auch drauf geantwortet hat ne könnten wir jetzt mal hier kurz gucken aber diese suchfunktion die funktioniert auch nicht so vernünftig ähm ja genau auf jeden fall ne auf jeden fall sehr interessant so dann kommen wir jetzt mal zu dem thema auf das alle geiern oder das halt hier äh wichtig ist der cheat day und auch das danke dafür hey ich bin ben ähm zuallererst möchte ich dazu halt auch sagen wie auch in diesem video hier danke ne erwähnt ein tolles bild äh ich danke euch äh für das feedback an sich ja ähm viele leute ich bin auch vollkommen d'accord mit den daumen runter das ist gar kein problem viele leute haben geschrieben ja das hört sich alles eher nach ausrede an ähm und so weiter und so äh und so ne ich darauf kommen gleich zu sprechen ähm hier viele leute schreiben immer geh doch zu the biggest loser leute nein ich gehe nicht zu the biggest loser ich hätte wahrscheinlich oder ich könnte mir eventuell connections verschaffen die mich ja auch die meine chancen damit zu machen erhöhen würden aber ich möchte nicht warum möchte ich nicht zu the biggest loser weil ich the biggest loser nicht so optimal finde weil wisst ihr genau das ist ja das problem ne die nehmen da schnell ab die nehmen da alle ab ähm die werden aber auch vorgeführt ein stück weit weil so funktioniert dieses ding ne man setzt sich aufs sofa und guckt sich dicke leute an die äh abnehmen womit ich grundsätzlich kein problem habe wenn man sich dafür entscheidet aber trotzdem ist es der faktor dass ein bisschen vorgeführt wird und ähm ähm man fliegt raus wenn man wenig abnimmt oder man kommt halt in die bredouille dass man eventuell rausfliegt das ist halt der komplett falsche ansatz finde ich und vor allen dingen ganz ganz viele davon die da mitmachen werden wieder fett weil bei the biggest loser lernt ihr nicht wie man abnimmt oder wie man gesund lebt ne genau das ist genau das ist ja das ganze problem der sache ja ich könnte auch probieren eisenhart äh durchzuziehen und äh abzunehmen aber ich möchte ja gar nicht und ich habe das von anfang an ja auch gesagt ich mache keine diät oder so ich möchte nicht auf biegen oder brechen äh jetzt jetzt 50 kilo abnehmen ich will 50 kilo abnehmen aber von mir aus in einem jahr oder in zwei jahren ja ich habe gar nicht das bedürfnis dass ich jetzt sofort äh abnehme und ich glaube das ist ein großes ding was auch viele nicht verstanden haben ähm und wo ich einfach ein paar dinge anders machen muss aber bei the biggest loser lernst du du nicht dünn zu sein du lernst nur wie du gewicht verlierst aber du verlierst gewicht in einem die motivation und die atmosphäre bei so einem projekt ist ein ganz anderes ding wie der alltag und viele leute viele von the biggest loser gehen danach wieder in den alltag und werden wieder fett das bringt gar nichts ja natürlich gibt es auch ausnahmen ne das eine die dann wieder fitnesstrainerin geworden ist und so alles gut aber ne das ist halt die ausnahme und ich möchte ja lernen wie es ist gesund zu leben ja das ist der unterschied so so wie es nie schaffen äh ja wisst ihr wisst ihr was das problem ist dieses video hier ne ich habe basically ähm ich habe halt gesagt ich will mich gesünder ernähren habe ich hier auch gemacht ne ähm bin ich auch immer noch dabei dann habe ich angefangen zu vloggen hier war das äh ernährungsthema gar nicht so äh gar nicht so relevant ja und dann habe ich hier nochmal meinen einkauf einkauf dann habe ich das video gemacht meine fresssucht ja dann habe ich eine woche hier habe ich das video gemacht meine fresssucht und da dachte ich mir okay gegen diese fresssucht muss ich muss ich arbeiten das war vor zwei wochen vor zwei wochen ja gegen diese fresssucht muss ich arbeiten okay dann habe ich eine woche habe ich mich gewogen habe ich eine woche lang nichts bestellt und hat ein cheat day gemacht ja ähm war auch noch okay ne war kein problem so bam und das war eine woche und dann habe ich eine woche nicht gut gelebt ich habe also zwei wochen eine habe ich gut gelebt eine nicht davor habe ich da ja gar nicht drüber nachgedacht ich habe mich da ja in diese situation begeben und dann sagen mir leute nach zwei wochen ähm wo hier wo ist es hier nach zwei wochen schreibt er dann so wirst du es nie schaffen jungs ich habe die letzten zwei jahre in einem zustand gelebt ja der unfassbar ist und wenn ich so weiterlebe sterbe ich in ein paar jahren aber ihr könnt also ich weiß nicht ob ihr wirklich so denkt aber das wird man nicht in zwei wochen ändern es ist ganz normal und in der woche wo ich vier mal bestellt habe ja habe ich auch drei tage nicht bestellt und ich habe drei tage keine drei tüten chips pro tag gegessen oder ne ich habe drei tage lang hatte ich ein kaloriendefizit in dieser woche ja und ob ich mit der bestellung jedes mal auf mein kalorienmaximum gekommen bin oder darüber hinaus auch nicht ja das waren vielleicht zwei tage wo ich wirklich krass bestellt habe deswegen ja ja ich habe das vielleicht schlecht kommuniziert aber das war sowas ist halt übertrieben und wer denkt dass ich hier das ist halt das problem ich wollte euch ganz ganz natürlich zeigen in jeder einzelheit oder in klein richtig kleinen schritten wie das leben so funktioniert und ich bin euch dankbar dass ihr geschrieben habt dass das hört sich alles nach ausrede an weil da sind ausreden dabei die ich benutzt habe und wenn das so noch mal bewusst gemacht wird auch von anderen von außen ein output bekommt kann man in der nächsten situation dann natürlich viel besser drüber nachdenken deswegen bin ich da ja glücklich drüber hier jede woche hast du eine schlechte woche das ist halt eine lüge das ist halt eine lüge da habe ich geschrieben die woche davor war sehr gut ne aber was soll dieser kommentar aussagen duno bei dubi ja was möchtest du sagen so das ding ist ja ne ähm was auch schon einige geschrieben haben wenn man aufhört zu rauchen Zigaretten weglassen ja wenn man aufhört wenn man mit dem essen arbeitet du musst essen ja und es gibt ganz viele dinge die mich triggern naja ähm ich verstehe einfach nicht warum du dir dein essen nicht mal vorkosten vorkochen habe ich noch nicht gemacht das äh wenn ich jetzt ein bisschen geld über habe die nächsten wochen werde ich mir vielleicht mal so oder werde ich mir mal solche so billige tupperdosen kaufen und dann werde ich mal so food prep ausprobieren mache ich dann auch ein video drüber ja äh man will abnehmen und bestellt sich dann chicken nuggets pizza schnitzel und so ein kram kann ich überhaupt nicht nachvollziehen es gibt doch mittlerweile auch mit lieferanten wo man sich gesunde sachen bestellen kann ähm es geht ja nicht darum dass ich bestelle es geht ja um die schlechten sachen weil diese schlechten sachen geben mir einen kick im kopf ja da sind wir bei der psyche ja da sind wir bei der psyche und ähm es gibt nicht viele gesunde dinge was willst du denn gesundes bestellen wenn du dir ein schnitzel mit brokkoli dann ist da eine dicke sahnesoße drauf generell auch salate haben viele geschrieben ist natürlich gesünder als eine pizza und 20 chicken aber in dem dressing es wird auch wahrscheinlich tonnen an zucker drin sein und generell ist das ja auch es ist halt von einem liefer service das kann gar nicht gesund sein also man kann mal äh man kann mal bestellen man kann mal chicken bestellen man kann mal pizza bestellen man kann auch mal salat bestellen und das ist alles gesund aber es geht ja darum dass ich das zu oft mache weil es in meiner daily routine drin ist ja und das ist halt wie gesagt auch ein psychisches ding ja und äh die ausreden die ich euch präsentiert habe das waren die trigger die mich getriggert haben und ich finde es gut dass ihr das so äh klipp und klar gesagt habt corner sind ausreden aber wenn jetzt ein anderer dicker der sich irgendwie der es nicht schafft davon loszukommen das guckt dann wird er vielleicht diese trigger wieder erkennen ja dann wird er das vielleicht gucken und sich denken ja so denke ich auch immer aber wenn ich das jetzt bei ihm sehe sage ich nur eine ausrede oder und vielleicht hilft das jemanden das war mein gedanke dabei dass ich das so offen mache ja dass ich dann so teilweise wirklich böse kommentare bekommen habe das hat mich tatsächlich äh ein bisschen traurig gemacht muss ich sagen ich bin ja jemand ich mich jucken kommentare nicht aber dass äh leute so böse waren das hat mich ein bisschen traurig gemacht nicht weil ich mich beleidigt gefühlt habe einfach nur dass andere leute so bösartig sind weil ich bin jemand ich glaube immer das gute im menschen wenn hier einer einen bösen kommentar schreibt dann denke ich mir so okay der ist mit sicherheit ein netter typ und wenn wir uns treffen würden würden wir ihn wahrscheinlich gut verstehen aber manche leute haben schon übertrieben ich habe glaube ich zwei leute gebannt auf meinem kanal keine ahnung ähm was machst du denn beruflich ich arbeite momentan noch im call center ja ich sitze da und telefoniere hallo äh 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 ist kaputt ja äh ja 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 okay ne die rufen mich an und ich helfe denen ähm vom marathon sprechen aber nicht mal zwei wochen am stück gesund ernähren ja hoffnung wenn du davor jahrelang schlecht gelebt hast dann äh sagst du nicht einfach okay jetzt ändere ich alles und dann hast du eine woche gut und dann ist okay wenn es so einfach wäre leute das ist ja auch der punkt ne die das was du dir sagst hoffnung natürlich ist es dumm ja natürlich ist es dumm such nicht ausreden und äh zieh durch ich werde ich werde versuchen immer weiter durchzuziehen ja ich muss gucken ich muss versuchen wie kann ich mit äh damit umgehen das sind auch dinge die ich jetzt mal lernen muss wenn ich schokolade im haus habe nicht die ganze schokolade auf einmal essen das hört sich jetzt vielleicht doof an aber das sind dinge die ich lernen muss ja mir mal irgendwas kaufen ein bisschen essen und dann wegpacken und dann vielleicht nach drei tagen wieder ein bisschen essen ja ich muss mir irgendwann meine tüte chips kaufen mir eine kleine schüssel fertig machen und dann die drei tage im schrank lassen das sind dinge die mir schwer fallen ja und das sind die dinge die ich jetzt lernen muss deswegen leute ich habe niemals gesagt dass ich durch die bank weg äh 50 kilo in zwei wochen abnehmen werde ja deswegen was habe ich falsch gemacht lässt kann man sich hier fragen ähm ich habe es zu detailliert beschrieben alles ich war zu offen wahrscheinlich ich hätte das über einen größeren zeitraum machen müssen deswegen mache ich das ja jetzt auch mit der mai challenge ja wenn ich ende vom ende mai kann ich mich hinsetzen und dann wenn ich dann sage boah ich habe in dem monat ich hatte drei tage da war es echt scheiße und ich habe mich irgendwie überhaupt nicht und ich habe dann dreimal bestellt wenn ich das am ende von einem monat sage ja ähm dann ne dann sagt ihr okay dreimal ist zu viel aber ey im monat 30 tage jeder zehnte tag ey das ist gar nicht schlecht und hier hier habe ich in einer woche einmal bestellt hier vier mal sind fünf ne wenn ich die nächsten zwei wochen nicht bestellen würde rein theoretisch ja weil ich dann wieder auf track komme dann hätte ich in dem einen monat fünfmal bestellt ja was natürlich noch zu viel ist aber schon ein unfassbar krasses äh eine unfassbar krasse steigerung ja und äh zu diesem bestellen muss man auch immer sagen es ist nicht nur das bestellen was ich weglasse ich habe früher wenn ich nicht bestellt habe habe ich mir fünf euro genommen oder pfandflaschen in meinem zimmer gesucht ne dann hatte ich zwei euro und ein paar pfandflaschen und für fünf euro weißt du wie viel süßigkeit du für fünf euro kriegst drei tüten chips bla 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 ich habe mir nicht meist habe ich mir zwei tüten chips gekauft äh oder eine tüte chips eine kleinere ähm ballisto und dann noch äh zwei packen haribo oder so und dann habe ich habe ich nichts anderes an dem tag gegessen außer das ja oder vielleicht noch ein aufpackbrötchen und dann das ja deswegen leute das lasse ich auch komplett weg deswegen früher habe ich jeden tag habe ich 30 tage nicht bestellt ja ich konnte auch nicht 30 mal bestellen im monat so reich bin ich nicht äh wie ich das geldtechnisch gemacht habe ist auch ein anderes thema leute ich hatte nicht viel geld äh ich habe das der ich habe da immer hin und her geschoben ja hier meine kreditkarte wird früher frei okay dann aber das ist ein anderes thema ähm und deswegen früher habe ich 30 tage lang ungesund gegessen im monat ja und jetzt hatte ich eine woche wo ich vier tage scheiße war hätte ich euch so nicht sagen dürfen dann hättet ihr nicht so werdet ihr nicht so ausgerastet ich wollte es so offen und so ehrlich machen wie nur möglich ja aber ich habe gesehen dass ihr komplett ausrastet dass ihr keine ahnung was soll ich machen was soll ich machen Leute ja keine ahnung was soll ich machen ich möchte diese Videos machen weil ich anderen fetten Menschen da draußen helfen möchte auch daran zu kämpfen über diese Trigger zu kommen ja ähm so zu oft bestellt ja hier ich glaube ehrlich gesagt du hast eine ernsthafte psychische Erkrankung ich bin fresssüchtig Kosmos ja und auf das Übergewicht ich bin ich habe immer gegessen ja und ich bin übergewichtig geworden immer wenn ich habe immer zugenommen stark wenn es mir sehr schlecht ging ich hatte immer Phasen im Leben wo es mir sehr schlecht ging und diese Phasen das waren die Phasen wo ich nicht wusste was ich mit meinem Leben anfangen soll ja weil ich finde es toll wenn ihr einen Job habt ich finde es toll wenn ihr acht Stunden am Tag arbeiten geht ich für mein Leben für mich ja ich habe ein Problem damit einfach zu sagen ich werde jetzt diesen Job lernen und mein Leben lang Einzelhandelskaufmann sein oder so damit habe ich ein Problem das macht mich ernsthaft traurig so dass ich an meinem Leben zweifle ja deswegen habe ich studiert was nicht das Richtige für mich war und deswegen arbeite ich momentan im Callcenter damit ich ein bisschen frei bin ein bisschen wenigstens Freiheit ist das Wichtigste für mich in meinem Leben aber ich habe mich nie getraut danach zu streben und das wirklich anzugehen weil ihr wisst das ja ne okay hier du musst du musst doch eine Ausbildung haben mach dein Abitur du musst doch ne du brauchst doch eine abgeschlossene du musst doch was in der Hand haben ja dann studiere ich halt ja und wenn du dann merkst du es ist nicht das Richtige weißt okay jetzt enttäuscht du voll viele Leute das war immer schwierig und diese psychische Schwierigkeit ja hat mich dazu verleitet stark zuzunehmen in diesen Phasen und durch diese starke zunehmen habe ich natürlich auch depressive Phasen ja wo ich einfach wirklich down bin komplett down wo ich depressiv bin und in diesen depressiven Phasen habe ich halt gelernt dass das Essen das ist was mich ein bisschen aufputscht ja und deswegen habe ich diese Fresssucht entwickelt und deswegen ist es eine Fresssucht und deswegen ist es auch mit Sicherheit eine psychische Erkrankung in irgendeiner Art und Weise aber eine ernsthafte psychische Erkrankung ohne dass du mich kennst Kosmos das ist einfach das ist einfach too much dieser Kommentar ist einfach zu 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 too much wobei der Kommentar in Sicht jetzt noch nicht so schlimm ist aber es gab Leute die das noch schlimmer ähm 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 formuliert haben und Leute ja ich habe vielleicht im Gebiet Essen ja ein großes Defizit aber ich bin ansonsten nicht auf den Kopf gefallen ja überhaupt nicht ich bin relativ äh äh kluges Köpfchen und ich eine große Stärke von mir ist meine Selbstreflexion ja egal wie viele schlechte Dinge ich mache ähm ich reflektiere das alles und ich bin mir dessen auch bewusst ja deswegen entspannt euch ich gehe ganz bewusst nicht zu einem Psychiater ich habe mal mit einer Ärztin gesprochen und die hat mir da ein paar Telefonnummern gegeben aber ich gehe ganz bewusst nicht dahin weil ich mir relativ sicher bin dass das eine Aufgabe ist wenn ich die das ist einfach eine Aufgabe die ich mir selber gestellt habe ähm und wenn ich die wenn ich diese Aufgabe löse ja meine Freiheit zu finden und aus meinem Körper raus zu kommen und wieder einen gesunden Körper zu kriegen dann ist die Welt dann gehört die Welt mir ja dann weiß ich dass ich alles erreichen kann was ich jemals erreichen möchte dann werde ich wenn ich das schaffe wenn ich meinen Körper unter Kontrolle kriege und meine geistige Gesundheit dadurch auch auf den aufs nächste Level wieder geht dann werde ich wahrscheinlich Millionär und keine Ahnung hört sich jetzt ein bisschen abgespaced an aber so ist das deswegen an alle die hier rumgeflamt haben und die komplett Bongos gegangen sind ähm ich werde es jetzt wieder nicht so detailliert machen ich zeige euch nicht jede Woche wie es mir geht ähm ich zeige euch das jetzt am Ende vom Monat Mai und ähm dann gucken wir wie es da gelaufen ist ich werde natürlich trotzdem immer wieder Videos machen ich ähm kann momentan nicht zum Sport gehen ich könnte schon vielleicht aber meine Karte ist momentan noch gesperrt das muss ich noch eben klären ähm wenn das geklärt ist gehe ich auch wieder zum Sport dann werde ich auch mal wieder ein paar Vlogs draußen machen ähm ich zeige euch jetzt mal wie ich mit Wix äh deswegen ne alles gut alles schön ähm ich werde jetzt bald wahrscheinlich noch einen zweiten Kanal eröffnen wo ich wieder Gaming mache dazu in einem anderen Video mehr äh seid auf jeden Fall bereit und schaut auf meinem Twitch Kanal vorbei da arbeite ich gerade daran ähm ja auch eine Selbstständigkeit zu erzeugen ja und auch an die Leute ne die immer schreiben YouTube und Twitch ist nicht sicher ja ich kann auch weiter fettig werden äh ich kann auch noch fetter werden und sterben in zwei Jahren dann ist eh nicht sicher in meinem Leben ja ich bin ein Mensch der Freiheit braucht ja ich merke dass ich äh ich merke momentan sehr stark auf der Arbeit dass äh dieses Gefangensein dort und dort hingehen müssen um jeden ne unbedingt und wenn es dem mal nicht so gut geht oder so ja keine Ahnung da ist egal was ist du musst da hingehen und du musst äh dich unterordnen und du musst äh sagen ja Chef Jan sie sind so gut ja 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 das ist nicht mein Leben ja ich bin ein Mensch der der nicht im Käfig leben kann ja obwohl mein Zimmer fast wie ein Käfig ist weil ich immer hier bin aber da fühle ich mich frei ne mal gucken wohin das geht Leute ne wie gesagt entweder ich sterbe bald oder wir werden hier den kurzen Content der Welt in Zukunft erleben man weiß es nicht ähm chillt euch ein bisschen down redet und redet vernünftig mit mir ihr dürft jede Kritik äußern die ihr möchtet aber im vernünftigen Ton ja ich bin kein Dümmerchen ja ich bin kein Dümmerchen und wenn ihr mit mir redet als wäre ich sonst wer dann banne ich euch weg ich hab keine Lust mehr mir alles geben zu lassen ja Leute in diesem Sinne äh das war jetzt so ein bisschen kommentieren ein bisschen zusammenfassen der Situation ähm wenn ihr irgendwas daran scheiße findet schreibt es ansonsten schreibt auch was gebt mir gerne einen Daumen hoch abonniert mich würde mich freuen bis dann Leute auf wiedersehen äh tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann